Yippie, und Kampagnen-Menü, bevor wir wieder außen sind, obwohl ich glaube die nächste Mission war es sogar wieder, oder? Schauen wir mal. Tatsache, die... Ja, ich glaube die Zwillingshallen waren schon gleich daran nach. Okay, schauen wir sie uns mal an. Da hatten wir die Sprungfeder. Ah, ich weiß was es ist. Die Zwillingshallen waren ja... Das Cardingals Boomens. Genau, die erste Mission, wo Uga kam. Haha, das könnte interessant sein. Die Zwillingshallen, eine der ältesten Spaltfestungen. Ne, ne, mal die wissen sie. Eure Wahl war weise. Mag schon sein. Auf jeden Fall könnte mal jemand abstorben. Hm. Spaltbewusstsein könnte auch nett sein. In Oc-Zombies sind diese Dingern, das ist zwar auch echt geil. Aber, hä, war hier nicht das irgendwo... Irgendwo war doch was dabei, dass Kettenblitz eins die mehr trifft. War das nicht hier? Hm, naja, egal. Das ist ein guter Anfang. Guten Kampf, Kriegsmagier. Ähm, die ist freundlich. Was ist denn da auf einmal los? Seit wann sind Frauen freundlich zu mir? Da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist irgendwas faul. Das kann gar nicht sein. Hm. Auf Sprungfederfalle wird es sich lohnen, wenn wir dann diese extra gut gespannten Fallen machen, dass dann die Urkauf fliegen. Aber das machen wir diesmal mal nicht. Wir machen... Wie schaut es denn überhaupt aus? Können wir hier Sachen wie die Schwung holen? Die könnten wir eigentlich platzieren. Hm. Wollen wir das, ist die nächste Frage. Was wollen wir ansonsten hinstellen? Wächte! Wächte ist das Tollste, was man machen kann. Wirklich. Buh, buh, buh. Vielleicht sogar dieses Spaltbewusstsein. Das ist cool. Und diese gefallenen Orks, die wieder auferstehen. Das hat auch was. Weicht nicht zurück. Aber zuerst machen wir wirklich... Das mit Wächtern ist halt wirklich geil, wenn man sich richtig schön drauf speckt. Auf viele Wächter ist das Toll. Dann machen wir zuerst mal das richtig viel in eine Richtung schießen. Und wir kümmern uns um die andere. Wir sind jetzt flink wie ein Hase. Da können wir an allen Fronten mal schon vorbeigucken. Und durch Zaubersprüche getötete Orks bringen ja natürlich mehr ein. Weiß ich. Das ist doch ehrlich. Schauen wir mal, dass wir so schnell viel wie möglich kaputt zaubern. Bringt sogar mehr ein, als mit diesen verbesserten Fallen. Das war's. Bereit zu dienen. Ich diene dem Einbogen ist euer. Gut, dann schauen wir mal wieder hier vorbei. Wir kommen jetzt nämlich bestimmt hier. So. Habe ich es errechnet. Mit meinen komplexen mathematischen Formeln. Nein, Bogenschützen dauert auf, die zu killen. Das ist mein Geld. Mein schönes Geld. Nicht schlecht. Würde ich mal fast sagen, wir können noch mehr hier hinten aufbauen. Und da, 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 da. Dann machen wir das mal so. So. Alle von hier. Um Gottes Willen, macht das nicht. Die Bogenschützen töten euch doch alle. Oh, einer ist still. Und einlos sogar von da. Mh, überwählt. Oh, die Kopfschütze rüchten mehr Schaden an. Das ist super gegen Oga. Da fällt mir gerade ein, warum habe ich den Frostzauber nicht mitgenommen. Der ist auch super gegen Oga. Ach, egal. Piu. Das läuft gut. Gefällt mir. Vielleicht hätten wir sogar doch im schweren Modus eine Chance. Ich werde es mir überlegen. Sagen wir es mal so. Ich werde es mir überlegen. Wäre doch mal irgendwann eine Idee. So. Machen wir doch mal, dass es noch extra Ork-Zombies gibt. Spaltbewusstsein ist auch nett. Und mir geht es jetzt erstmal darum, und das Spaltbewusstsein können wir später noch dazu nehmen. Ja, wir haben ja noch genug Runden. So ist es nicht. Dann machen wir es mal so, dass hier erstmal ein paar Schüchten Bogenschützen stehen, die ein wenig aufs Hinterland aufpassen. Weil es Elfen sind, ne? Die passen aufs Hinterland auf. Ah, was für ein Kringelwitz. Sparwitze heute. Im Angebot. Witze. Für 99 Cent. Hm. Ich mache die andere Seite natürlich. Ein Oga. Hallöchen, mein Freund. Seit wann arbeiten Orks und Oga denn zusammen? Na gut. Los geht's, Großer. Er sagt es. Schaut mal, wie viel Schaden unsere... Hm. Der bringt extra viel Geld. Sie sind in der Westhalle. Und wie schön schnell wir sind. Sind wir ruckzuck da drüben. Kaioken. Nein, ich will was töten. Oh, verfehlt. Nein, nein, kein Mann mehr. Einen wenigstens. Wenigstens einen. Nein, ich meine nicht den einen von Dragon Half. Der Film war auch geil. Den habe ich mir vor kurzem wieder angeguckt. Vor ein paar Wochen. Echt schöner Film. Den habe ich damals... Das ist ein Film, in dem ich teilweise mit aufgewachsen bin. Wie alt war ich da, als ich den das erste Mal gesehen habe? Wann kam der raus? 97 oder so. Da war ich wirklich... Ja, sieben, acht Jahre alt. Das ist ein Film, da stecken echt Kindheitserinnerungen drin. Ich fand den echt spitze. Und finde den immer noch geil. Hammer. Die liebe ich. Nein, nein, nein. So, ich freue mich. Kuckuck. Nein, nein. Flammenwand, Flammenwand. Das war knapp. Gut. Jetzt mal gucken, dass da oben noch welche stehen. Dann kümmern wir uns später um Parlerlinie. Hier könnten wir eigentlich noch Ballisten aufstellen. Hätte was, oder? Ja, machen wir mal einen Gebet dahin. Ist auch cool. Aber keine Uwe. Okay. Bogenschützerweiterung hätte es ja bestimmt auch getan. Hm, da hinten kommt ein bisschen was durch, aber minimals. Die werden weggeschossen von den Bogenschützen, die dort sind. Hier fliegen die Fetzen. Tschüss, mach's gut. Hm. Was zum Teufel? Ich dachte, die klopfen auf irgendwas rum. Guck, guck, guck. Ach, das ist ein Ork-Zombie. Hallo. Hallo, Ork-Zombie. Der erste Ork, den ich mag. So. Spaltbewusstsein. Weicht nicht zurück. Schauen wir mal, wie schaut dieses Spaltbewusstsein aus? Ich weiß es echt nicht. Hier. Das Ding. Das schleudert Blitze raus. Für einzelne Gegner, die hin und wieder durchrennen, ist das genial, muss ich sagen. Hm. Gucken wir mal, was wir noch hier oben an Bogenschützen aufstellen können. Zwei Stücke hin, bestimmt noch. Das muss jetzt reichen. Dann können wir uns schon eigentlich um Paladine kümmern. Machen wir mal die ersten... Machen wir drei... Zwei? Drei? Zwei dürften eigentlich reichen. Für den Rest kaufen wir dann noch ein paar Pfeilen dazu. Etwas so, dass sie durchschießen können. Oh, nö. Hm? Sag doch, was hätte denn Herzchen unter Hose an? Aber ich glaube, das bin ich von Dungeon Defenders gewöhnt. So rein gedanklich. Ja, das habe ich auch gespielt. Sogar eine ziemlich lange Zeit. So 50, 60 Stunden Spielzeit oder so habe ich da drin. Hat mir eine sehr lange Zeit Spaß gemacht, aber irgendwann wurde es einfach irgendwie ein bisschen eintönig. Ob sich sehr zum Let's Playen eignet? Ich weiß nicht. Mal schauen. Falls die Nachfrage da ist. Wurde mir ja auch mal empfohlen, dass ich das machen könnte. Wieso benutze ich eigentlich keinen Zauber? Schauen wir einfach mal. Wird sicher zeigen. Uhu. Oh, ha, 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 ha. Ganz genau. So. Ich darf mich bloß nicht an diese Geschwindigkeit erhöhen. Äh, gewöhnen. Das ist echt so. Wo? Wo? Beispiel, wie zum Beispiel bei Online-Rollenspielen, wo man irgendwas mit Laufspeed bekommen hat. Meistens irgendwelche Schuhe oder sonst was. Wo Laufgeschwindigkeit drauf war. Und man hat die irgendwie aus welchen Gründen nicht gehabt. Oder Angriffgeschwindigkeiten. Und man hat sich einfach nach Monaten richtig dran gewöhnt. Und dann kam einem die Normalgeschwindigkeit so unglaublich schnecke langsam vor. Das ist wie der Geschwindigkeitsrausschwörung von der Autobahn fährt mit dem Auto. Genau so. Ach, deswegen bleiben die manchmal stehen und kämpfen. Das sind die Ork-Zombies. Jetzt fällt es nochmal rein. Und wir da stehen halt einfach mal Gegner auf. Und kämpfen. Für uns. Ja, der zum Beispiel. Ist das nicht schön. Kollege, wie sieht es auf der Arbeit aus? Da unten. Ja, schaut mal. Oben seht ihr, dass sie immer wieder ein bisschen zusammenknullen. Das ist, weil die sich gegenseitig bekämpfen wegen den Zombies. Ist das nicht schön. Es war gemein, Orks zu Zombies zu machen. Aber, hey, haben sie wenigstens mehr gehört? Yeah. Oh, yeah. Die Orks, die hier durchkommen, kriegen noch ein paar Flammen ins Gesicht. Was haltet ihr davon? Bevor die Bogenschützen drauffeuern. Da haben wir doch alles ein bisschen abgedeckt. Ich bleib hier hinten. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Hallo, mein Freund. Wie geht's denn so? Nein, falscher Zauber. Und dafür darauf achten, dass das Ding ihn tötet. Richtig. Richtig. Ich begrüße dich hier. Herrlich. Jedenfalls. Oh, oh. Oh, oh. Aber zum Glück haben wir Paladine. Die lenken ein bisschen ab. Pew. Und pew. Ein Pew für alle Fälle. Muss reichen. Gucken wir mal hier rüber. Vielleicht drei in einer Reihe. Ach, und das war's schon. Perfekt. Ihr seht, es klappt. Ich mache mir bloß noch Sorgen um die letzte Mission. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Tut, 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 tut. Richtig. Hmm.